hallo leute ja heute möchte ich euch gerne oder ich muss euch was sagen mein gesundheitszustand ist nicht korrekt keine angst ich habe nichts schlimmes keine verletzung gar nichts ich bin einfach nur krank ich habe schnupfen kann man vielleicht hören ich habe heute mittag schon nasentropfen genommen werde jetzt in fünf minuten noch mal nehmen das ist in deiner vlog damit ihr bescheid wisst bei facebook wissen schon die meisten aber okay auf jeden fall wann das nächste video kommt rechne ich mal dies aber auf jeden fall ich muss ja mal gucken was ich mache und ja ansonsten ich hoffe es geht euch gut und ja aber was bei mir komisch ist ich bin immer also es ist weiss doch kein weihnachten aber vor nikolaus oder vor weihnachten bin ich immer krank bitte schreibt mir in die kommentare ob es bei euch genauso ist seid ihr vor weihnachten krank und vor allem was schnupfen fieber kopfe oder oder was gibt es denn da noch halsschmerzen ja ich hoffe dass ihr den däumchen nach oben drückt drückt oh gott ja ich werde jetzt den vlog hochladen und dann ja bis zum nächsten mal euer creeper dachos ciao ja Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018